mit dem linken Fuss getreten, auf den ersten Pfosten und da ist Eule zur Stelle! Yes! Hab ich's gesagt, verdammt nochmal. Zweimal! Aber wer ist denn der Torschütze, wer ist der Torschütze, liebe Leute? Weiß ich nicht, liebe Gott! Ulrich Stoffer mit seinem ersten Zweitliga-Tor. Ich muss gerade extrem lachen. Es ist tatsächlich sein erstes Zweitligator.